Liebe Leute unter 40, liebe Digital Natives, hallo, mein Name ist Jan Böhmermann, ich bin Autor und dieser Internet-Videoclip für euch ist viral. Die Werbeagentur, die den gemacht hat für ein paar tausend Euro, hat gesagt, dass das bedeutet, dass ihr dazu verpflichtet seid, euch diesen Spot per E-Mail oder YouTube gegenseitig zuzuschicken und dann den quasi selbst zu verbreiten, den Werbeclip. Denn in diesem Werbeclip soll unterschwellig Werbung gemacht werden für dieses Buch, Alles, alles über Deutschland, Halbwissen Kompakt von Jan Böhmermann, also von mir, beziehungsweise dieses Hörbuch, heißt genauso, ist gekürzt und gelesen vom Autor selbst, also für dieses Produkt soll, oh jetzt kommt ein mieser Allergie gegen Schleichwerbung, also für diese Produkte soll hier Werbung gemacht werden und damit ihr liebe Internet-User, liebe junge Leute, euch von diesem viralen Werbespot auch angesprochen fühlt, hat der Verlag Kiepenheuer & Witsch, beziehungsweise Roof Music, von dem ist das ein Hörbuch, diese Werbebotschaft, hier steht in einem coolen, ja genau, die Hauptwerbebotschaft ist jetzt in einem coolen Gangster-Rap-Song versteckt, also keine Sorge, da haben wir natürlich die Wörter Fotze, Ficken oder Schwanz rauszensiert, aber ja, ihr hört also nun im Rahmen dieses Viralfilmes den Hip-Hop-Song, mit dem euch Lust auf dieses Buch hier, Alles, alles über Deutschland, Halbwissen Kompakt, beziehungsweise das Hörbuch, gemacht werden soll. Ich halte es dabei, vielleicht in die Kamera, damit man das besser sieht. Und bitte, ab! Hab ein Buch, in ne Hose statt ein Messer Dann gibt es alle Leute in Deutschland besser Hab ein Buch, immer mit, statt ein Messer Es gibt das Buch, vielleicht auch bald als Klappbuch Dazu musst du allerdings erstmal eins verkaufen Gehen die Verkaufszahlen hoch? Dann f*** ich euch, dann f*** ich euch Ich f*** euch alle weg, denn Messer sind ein Dreck Kauft ihr lieber das Buch, checkt das aus, mann, alles, alles über Deutschland Meine Mutter, ich, mein Vaterland, ihr, mein Vaterland, ich, ich, mann Kauft das Buch, ich, deine Mutter 12,95 Euro bei Kiepen, Heuer & Rich, Alter, checkt das aus, ne? Und für die ganzen Posse da draußen, die nicht lesen kann, auch Hörbuch Hörbuch Als CD CDs kriegt man nicht in einen iPod rein CDs in iPod, das ist nicht gut CDs in iPod, macht iPod kaputt Checkt das aus, ich bin raus 09, check it out, grüppelt aus Endflare am Start, ich f*** euch alle Alles, alles über Deutschland Alles über Deutschland, da steht alles drin Was du brauchst auf der Straße, was du brauchst auf den Abend Was du brauchst in der Schule, was du brauchst bei deinem Betrieb Als Buch und Hörbuch ab sofort im Handel Als Buch und Hörbuch ab sofort im Handel Auf der Straße, was du brauchst bei deinem Betrieb Als Buch und Hörbuch ab sofort im Handel